Hallo Freunde, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Video hier aus Finale-Gurien. Wir sind hier gerade mitten im Mittelmeer. Boah, Junge, es ist voll im Vorhundert, noch Trades geschreddet. Und jetzt beginnen wir hier die Vlog-Serie aus Finale-Gurien. Ihr seht schon da oben, die einen oder anderen Hügel hier, schöne Strandpromenade. Und dafür ist einfach Finale-Gurien geil. Ich glaube, da kommen wieder ein paar Wellen. Da hätten wir eigentlich rein-difen müssen, eigentlich so wie es ist. Aber nochmal, was sollen die Leute machen nochmal? Rein-difen. Was sagt man, das ist ein bisschen geil, geil, geil. Ja, das ist ein bisschen geil. Ja, das ist ein bisschen geil. Ich möchte euch einfach mal in den Boden schätzen. Und dann, dann will ich, kommt, alle Leute. Hallo, ich möchte euch einfach mal wieder tauschen. Hallo, ich bin unter der Wasser. Ich möchte euch einfach mal in den Boden schäuzen. Es hat unheimlich ausgemacht und nach einem geilen Tag Fahrradfahren hier ins Meer zu gehen ist einfach das Beste. Kommt noch ein paar Umfragen vielleicht und Vlog Diaries hier auf dem Parkplatz. Nur halt jetzt die Platten und warum auch immer, wir haben das Bike nur abgelegt. Der Reifen ist platt. Ja, so geht es weiter. Finale-Gurie. Hier, Paypal-Account. Einmal bitte. Die Tour geht weiter. Was machen wir jetzt? Wir halten euch auf den Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt noch ein paar Uhremen. Die Trunk der Rune oder bei der Rune ist noch ein ganzes Pfeil. Daher kommen wir mal an. Hier schwammt ein Pfeil. Ich bin jetzt im Geisses-Fähr. Wir kommen beim Nachmittag. Er ist Yanchen. Das ist voll. Ich bin eigentlich schon seitdem, cuevraßen und nachmitteln. Ich bin einfach immer noch. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind jetzt hier gerade fertig mit Fixen, wieder vom Reifen, ich weiß nicht was das war. Also wir hatten das Bike hingelegt, an den Strand und dann war er platt. Davor war noch genug Luft drin, jetzt haben wir ein neues, sag ich mal nicht, das ganze Ventil selber hier erneuert, sondern nur das obere. Der R-König ist hier am Start, Shrek-Bikes, was sind die Odds? Ja, wir spielen jetzt eine Runde Odds, Odds Odds. Was sind die Odds, dass du jetzt einfach mit einer Nadel oder so ein Loch reinmachst? 100 Okay, du bist 30, haben wir gesagt. 30, okay. Schau, das fällt. 3, 2, 1, 23. 27, jawohl. Was sind die Odds, dass du in diesem Reifen nennst? Nein, 30. Okay. 3, 2, 1, 12. 27. Ja, okay. Der erste Tag knärzt sich langsam dem Ende. Ich denke mal, ich werde nochmal vielleicht am Anfang nochmal den Clip vom Fahrrad von reinschneiden, dann war mal baden und jetzt das. Die nächsten Tage werden von Anfang an gefilmt und ja, es war einfach der erste Vlog aus wie in der Nadel und zum Reinkommen. Und, 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 macht euch gefasst, es wird krass. Abonniert die Glocke und wir machen jetzt einen Zitronen-Give-Away. Schaut auf jeden Tag da vorbei. Ein Kilo Zitronen werden verlost. Das war zu viel. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt dran. Ciao. Was, was ich auch noch verlosen? Wer hat reingeschaut? Wer hat reingeschaut?